ach das wird schon werden eine lera croft haben wir dabei da kann ja quasi nichts schiefgehen sie zieht uns jetzt alle durch machen und ausgangstoren machen das case sylvania schloss im hintergrund das sieht schon ziemlich cool aus muss man wenn ich das richtig gesehen habe und du auf die map kommst von ihm weil der hat ja auch eine separate map dann siehst du auch im untergrund irgendwo oben das schloss schweben aber gegen den habe ich bisher nur einmal gespielt gegen den killer gegen den vampire und das war es dann also noch nicht allzu oft vorgekommen na der wartet auch wieder bis zum letzten ende vielleicht haben wir glück und das ist ein afk fehler werden natürlich für die runde nicht so schön jetzt habe ich gar keins ist ja wurst und unten bei den tipps siehst du jetzt schon gegen den wir spielen trickster was waren der trickster noch mal dieser japanische songtyp da der schmeißt so messer nach dir ach der ja okay als echt schon zu lange ja wo ich mal ich war wie sehr ich glaube dausie oder so hieß er von dem ich mal ja ist ein englischer ich weiß jetzt noch nicht ob amerikanischer oder britischer streamer der ist bei dbd irgendwie auch dabei von denen hatte ich damals ein paar gesehen okay ich kenne spooky loops den habe ich gerne auf youtube unter anderem was thema dbd angeht auch gern geschaut oh oh der ist schon bei mir ja der ist irgendwo hier bei uns ach ich glaube warum wollen das denn oh ich habe einen generator gefunden so jetzt mal skill tracks nicht verpassen das hätte vielleicht mal ein paar vorteile aber so wie ich das kenne ja das kommt alles mit ich verkack auch ganz auf welche weil ich dann versuche den großartigen check zu machen anstatt den normalen ja okay killer ist bei mir ja er war gerade bei uns hat aber fein gesehen äh ich war gerade am generator bin da einmal kurz weggegangen okay der jagt irgendeinen na jetzt kann ich von euch ja zeigen was zu planen das ist natürlich super der wird aufgehangen also ich bin bei bisschen mehr als der hälfte bei mir ja wir sind gleich fertig dann gehe ich ähm schon hart gewöhnt ja wobei der ist relativ bei mir sogar in der nähe vielleicht kann ich da sogar hin oh man okay killer wird zu mir kommen aber ich bin greedy mach weiter ja 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 nicht er ist bei dir ja ja Ok, wir haben den Generator fertig Ok, nicht gut, der ist hinter mir Ok, der ist an mir vorbeigelaufen, witzigerweise Jetzt sag nicht der Slug, ey Das macht er? Ja, er lässt die Leute liegen, wenn er die Leute liegen lässt und dann einfach immer auf den nächsten gehen, dann ist das lang, aber macht er nicht Er hat nur die Tomb Raider-Karte und so Ach, wo ist denn hier das Hochkarte-Ding? Ok, und ist das eine common Methode, die man so machen kann, oh man, die man machen kann oder machen sollte? Ähm, nicht, am besten als Killer nicht, ist nicht gerne gesehen Ok Aber es gibt leider viele, die das machen Also quasi so wie, äh, campen Ja, ja, gegen das Campen haben sie ja mittlerweile zum Glück was eingestellt Ist das so? Soll ich dich hier hin? Oder? Ja, oder so, dann kann ich den... Oh, der kommt aber in unsere Richtung gerade, ne? Oh, lauf, 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 lauf Der ist beim General Nee, ich hab den Blended Pool Ich hab ne Sprengfalle an dem Dings gemacht Ah, ok Ah, ich seh'n Ok Wo ist er, da ist er, ok Getriggert, das ist natürlich nicht gut Ah, sehr gut Ich mach wieder Randale Wo bist denn du? Jetzt gerade in nem Locker Schade, dass man hier keinen Kompass hat Denk dran, der kann auch ans Locker gehen, weil er da Messer rausholt, ne? Ja Gut, dass du's hast Also bei ihm und bei der Hand Ok, ich seh'n Der geht grad in die Richtung, wo du den einen vom Haken geholt hast Ach, scheiße, Mann Ich trigger die ganze Zeit die Raben Kann nicht wahr sein Ok Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt Er erhntet mich? Nee, er erhntet mich noch Alles gut Ok Dann bin ich greedy Was soll das denn? Du totem Soll er ihren rein totem halt So ist er Na, 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 der geht daneben, mein Freund Ist er noch bei dir? Ja, ne Oh, er hat daneben geh, ohne Hilfe Ich hab keine Palette hier Scheiße Einmal kommst du noch weg, oder? Ja, ja Ich bin gleich bei der Hälfte beim Generator, also Alter, das ist richtig gut, machst du das Ich hab die Palette nicht gekriegt Ja Sehr schön Oh Das war nicht ich Oh Mann Aber ihr kriegt euren Gym dann auch durch Ok Sehr schön Ich versuch zu dir zu kommen Ja Ja Oh Mann ey Sorry, da war ich zu schnell Alles gut Alles gut Ja Ja Da wo sie jetzt gehandelt geht natürlich Ja Auf der genau gegenüberliegenden Seite ist auch einer Ich geh da mal rüber Wobei, ich versuch vielleicht mal zu anhocken gerade noch Fuck Was denn? Er spielt mit Dupee Das heißt, ich bin jetzt One-Hit So lange noch Oh Mann Nicht doof? Killer ist bei mir Äh, das Basement ist direkt hier beim Ausgang, ne Da hinten ist er Ich seh den Killer, ich mach auf Ja Hälfte Drei Viertel Bei mir ist auf Wer kommt zu dir? Dann kann ich sie jetzt vom Haken holen Ok, ich muss raus, sorry Ja, raus geh raus Komm, wir gehen auf Ich wollte noch ein bisschen mit ihm spielen, aber der, der hat ja alles voll ge- Macht's Macht's Äh, spektaten wir noch Äh, der Ausgang ist auf jeden Fall aus Ja Ja Ja, genau, da müsstet ihr raus Jo Ah, schade, sie läuft auch direkt raus Ich wollte mir noch auf die Heilpunkte mitnehmen, Manno Aber du bist auch raus, wir sind alle raus, oder? Ja, ja, wir sind alle raus, du bist auf der eine, der halt unten im Keller rum Ah ja Ah ja Der leider nicht Äh, ein Perkpunkt noch gekriegt Also einen, so einen Blood Point Ah, ich hab Caps unloaded Aber immerhin rausgekommen Hm Das ist Cookie-Chan Ja, ein Cookie war gemein Da kannst du ja jetzt, wenn du jetzt noch hier drin bist, kannst du dir halt die Perks jetzt auch vom Killer angucken, ne? Hm Der Trixer Oh, er hat Äh, okay, dann verstehe ich das aber nicht, warum er Uneinigkeit genommen hat Hätte er jetzt Uneinigkeit rausgenommen, könnte man sagen, er geht auf, ähm, Errungenschaften Weil er nur mit seinen drei einzigartigen Perks spielt Gibt halt den Steamerfolg Okay Alter, tu mit 23.500 Punkten Ja, ich weiß gar nicht, wie das von den Punkten her jetzt war, ich glaub ich war aber nicht Erster, oder? Du bist Erster doch Okay, ja, ich hab nicht mal nen Offering dabei gehabt Du bist Erster, ich bin Zweiter, Lara Croft war Dritter und Killer war Vierter, dann war der eine, der es nicht geschafft hat Ja, das war ärgerlich, ja gut, ich hab aber auch, dadurch, dass der eine gut hingehalten hat, konnte ich halt Gents machen und auch viel Hooks machen, ne? Ja Ja Ja, schöne Runde Das war halt jeweils Ja Ja